Hallo liebe Konzertbesucher vom dreijährigen Jubiläum vom Geheimkonzert gestern Abend. Wie ihr seht, die Melone ist zurück. Ich und der Chris auch. Ich habe sie gewogen. Ihr fragt euch bestimmt alle, wie schwer sie war und ich habe es hier draufgeschrieben. 4888 Gramm. Friederike hat gewonnen. Du kriegst einen Bootbox-Kurs im Wert von 120 Euro. Alle anderen können natürlich immer gerne zum kostenlosen Probetraining vorbeikommen und bei mir, bei Timo oder bei vielen anderen tollen Trainern trainieren. Wir freuen uns auf euch und bis bald. Ciao.